Bei uns wird es nun wieder alles andere als lautlos. Genau, die Band-Potre-Serie steht wieder auf dem Programm. Also begleiten Sie Conny in einen Proberaum und Johnny zu den süßen Plätzchen. Kann es etwas Schöneres geben, aus einem schönen, sonnigen Tag sich hinzusetzen, auf der Landkarte Mollrahm zu suchen und auch wirklich hinzufahren? Es ist schön, es ist klein und überschaubar und hier prob deine Band, die wir euch heute vorstellen wollen. Dimitri Loves Conspiracy. Stefan, Lukas, Ronny und Flo, das sind Dimitri Loves Conspiracy, die hier in Mollrahm proben. Flo, ihr habt deine EP herausgebracht, ein Song, den wir gerade gehört haben, ist auch schon drauf, erzähl mal. Ja, auf der EP werden fünf Nummern oben sein, plus Intro. Der Song, den ihr jetzt gehört habt, zwar Vergessen bitte. Die EP wird es im Eigenvertrieb geben, die kann man bei unseren Konzerten kaufen um drei Euro oder auf der Homepage bestellen. www.dimitrilovesconspiracy.com oder unter www.neustadtbank.net Dimitri Loves Conspiracy, ich sage jetzt mal einfach, macht Krach im eigenen Stil. Woher kommt das, was hörst du momentan für Platten? Also ich denke, gewisse Einflüsse sind sicherlich rauszuhören, also wir sind alle, ich sage mal im Namen der Penta, die Drive-In-Fans, beziehungsweise ältere Refuse-Sachen, Mars Walter, solche Geschichten, eher die neusigeren Geschichten. Okay, danke für die Anspieltipps, gut merken. Gleich gibt es noch eine Nummer zu hören von Dimitri Loves Conspiracy, davor noch eine kurze Unterbrechung. Götter Blumen Bödern Lautlos heute im Proberaum der jungen Trendsetter von morgen, Dimitri loves Conspiracy. Der Sommer steht vor der Tür, was habt ihr vor? Ja, hoffentlich oft und häufig spielen. Das ist ein gutes Anliegen als Band. Ja, ich möchte mich selbstständig machen und einen Eichkeitschen-Frasiersalon eröffnen. Also das ist was, was mir schon seit Jahren vorschwebt und neben der Band finde ich einen guter Ausgleich. Da wünsche ich dir viel Erfolg damit, ihr werdet uns noch eine Nummer spielen, wie heißt der zweite Song? Der zweite Song, den wir jetzt spielen werden, heißt Black Black Poltergeist at Comet Royer. Okay, wir haben es auch eingeblendet zum Mitlesen, alle weiteren Infos zur Band auch bei uns im Netz auf wntv.at. Dann haut mal ordentlich rein, danke für die Gastfreundschaft und viel Erfolg. All Und Die Dmitri loves Conspiracy in Mollram. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schreibt uns doch auch mal eine E-Mail an lautlos-adventv.at Bis zur nächsten Folge, wünsche ich euch viel Spaß. Ciao, Baba. Ciao, Baba.